Das wird interessant hier. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da kommt der Pass. Klasse gemacht und jetzt die Chance. Und da ist das Tor. Schöner Pass und da hat er dann natürlich keine großen Probleme mehr. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Schöner Zuspiel. Achtung jetzt. Jetzt vielleicht. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Der war unerbar. Einfach sehr gut platziert. Aus der Distanz war es leicht für ihn das Tor zu machen. Und da macht er sein zweites Tor. Und jetzt die Chance. War erst mal weg. Gute Aktion. Wird das seine Torchance? Er schießt von weit draußen. Naja, warum nicht? Du hast mal weg. Es warURE. Disch. Du hast dann. Du hast da. Vielen Dank.